Hallihallo und willkommen zurück! Ja, wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir werden jetzt das Tagebuch lesen und ich fürchte überhaupt nichts Gutes. Das wird jetzt ganz bitter werden, glaube ich. Auch da sind wir diese Tabletten. 16. Juli. Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Oh Mann. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Ach, wir werden direkt hier reingebeamt. Sand. Hier gibt es nichts. Okay. Das erklärt, warum die Mutter uns... Nee, das erklärt es eigentlich nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Mutter so sauer und dass sie uns hasst. Aber für sie ist das wohl so eine Art Kanalisation das zu verarbeiten. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das übel, wenn das der Grund ist, warum sie uns so dermaßen hasst. Als ob wir im Mutterleib was dazu könnten. Also, so gut war die jetzt dabei nicht versteckt. Das muss ich jetzt mal so sagen. Hallo, Julia. Ich weiß, dass das absurd ist, aber das bin ich und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen und du warst meine Stimme. Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. Ähm. Ähm. Hallo? Ähm. Ähm. Bin ich jetzt in der Vergangenheit? Ich bin perplexed. Ich muss dir sagen, dass ich bin ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Bitte? Wir haben miteinander geschlafen und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Ui, wir spielen jetzt gerade die Geschichte von ihr nach. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Oh Mann, ey. Ja, jetzt hören wir uns mal diese knarztliche Treppe wieder hoch. Ach, nee, bei ihr. Da knarzt sie minimal. Okay, doch, sie knarzt. Ja, dahin, oder? Irgendwo. Da. Wie sie hier schlafen und alles in Ruhe und Mutter räumt ihr scheiß Schmuckkästchen ja nie auf. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in die Dunkelkammer. Aber warum habe ich denn so viel, also, warum hat Martha so viel von diesen Medikamenten auch geschluckt? Ich meine, neben ihr Bett waren jede Menge von ihren Rollen. In ihren Schmuckkästchen war so eine Medikamentenrolle. Ich werde allein zum See gehen, mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Oh Mann. Hallo Julia. Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Jetzt spiel ich sie nach, oder was? Meine Güte. In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. Hm. Äh, Space was? So? Ach, das ist ja cool. Schön, dass ich das am Ende des Spielsitzes erfahre. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich habe wie immer verschlafen. Ich wäre permanent mit Leertaste durch die Gegend gerannt. Martha war nicht da und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Okay. Weiter geht's. Okay. Dann machen wir das jetzt. Ich weiß, hier wird es wahrscheinlich nichts geben. Ah, guck mal, da ist auch die Leinwand noch weiß. Da ist schon eine kleine Sense. Ne, Sichel. Hm, keine Sense. Okay. Wenn jetzt hier Mutti schläft und Fati, dann, ähm, ne, Mutti ist wirklich weg. Och, scheiße. Da hat Mutti wirklich, äh, Martha getötet. Ach, krass. Wahrscheinlich eh nichts machen, ne? Sesam, öffne dich. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Oh, ich war hingebeamt? Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Okay, einmal laden, bitte. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen? Äh, was? Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Ich habe jetzt eine Knarre? Aber nicht im Inventar. Die Schere meiner Mutter. Hä? Da, äh, was? Moment. Ich habe ihn doch gar nicht angeklickt. Ich habe das hier angeklickt. 21. Juli. Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich den Tiefpunkt erreicht hätte. Das sind seelenlose, leere Tage. Nach so vielen Schreckungen, glücklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher. Ich dachte viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Oh Mann. Da ist nichts mehr, ne? Aber wir müssen auch noch von der Karte noch ein Bild machen. Film, die Zeitung, ein Foto. Einheiten einer indischen Division überquerten auf einer breiten Front den Fluss Peser und rückten zwei Kilometer südlich von Montelungo vor. In der Zwischenzeit haben die neuseeländischen Einheiten ihre Stellungen, die von San Michele bis La Romula verlaufen, verstärkt. In der Nähe von La Romula wurde die Michelangelesque Villa der Familie E, in der sich General K. aufhielt, von der Artillerie bombardiert. Glücklicherweise waren der General und seine Familie zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Haus. Und wieder einmal war La Romola der Schauplatz einer anschaulichen Grausamkeit. Ein Bauernhof wurde gestürmt und die Tiere wurden gestohlen und getötet. Niemand hat die Verantwortung für diesen weiteren Akt des sinnlosen Vandalismus übernommen. Aber am Tatort wurde ein anti-deutsches Propaganda-Flugblatt gefunden. Das ist die Zivilisation, die unsere Kameraden uns schmackhaft machen wollen. Hm, naja, naja, gut. Kann ich jetzt mal diesen Film hier aufnehmen? Jetzt. Nehme ich. 400 ISO-Film. Er kommt bei der Aufnahme von Wolken und in Innenräumen voll zur Geltung. Ich glaube, ich mache hier viel zu wenig Fotos. Ist das wieder der gleiche Brief? General Erich K. Ja. Neue Regeln zur Aus... Aber wir können jetzt hier das L-Foto machen. Ähm, ja, gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Das ist nicht geheißen, diesen neuen Film, den wir hier haben. Er ist für Innenräume gut geeignet? Ich weiß ja nicht. Er ist doch gut. Er ist zu dunkel, ne? Das ist doch optimal. Unscharf. Unscharf. Und kommst du so drauf. Bist du? Scharf. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Ja, aber bestimmt doch. Okay. Dann heißt es jetzt, äh, Fotofilm... Telegramm! Ich lege es in den Briefkasten. Schönen Tag noch! Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Ja, ich würde sagen, wir lesen das mal Zeitung. So viel Zeit muss sein. Angriffe auf Hitler. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division, britisches 13. Korps, Tavernelle. Die 6. Südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Philly. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte, da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. So kann man es auch interpretieren. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Poczy Bonzi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Tja. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Ich glaube, das waren wir. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Wir waren das nicht. Nein, nein, nein. Okay, wollen wir uns das Telegramm anschauen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, Tarotkarten können wir auch noch legen. Ja, komm, dann machen wir schnell mal Tarotkarten noch. So, jetzt machen wir mal ein schönes Muster. Machen wir mal, äh, machen hier mal so ein. Geht das? Ja. Der Narr. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Sonst wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Ich hab da so ein Faible dafür echt die bösen Karten zu ziehen, oder? Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Ich kann noch mehr ziehen? Ja, gut, dann machen wir hier. Klar doch. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. War ich auf dem Tisch gestanden jetzt? Okay, Telegramm. Liebe Frau Irene K., nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen erkennt. greift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung. Direktor S. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen. Diese Bitch. Oder vielleicht noch schlimmer, sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. So, jetzt rufen wir erst mal da an. In diesen Schuppen hier. Oh, da ist ja noch was. Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Achso, das hatten wir schon. Stopp. So, ähm. Das ist Telegram. Ne, das ist der Brief LaPos. Liebe Julia. Stopp. Das Telegram haben wir gar nicht mehr da. Jetzt habe ich mir natürlich die, ähm, Dings nicht gemerkt, ne? Telefonnummer. Ach, das ist sie doch. 0 7 8 Und die 2 Na, geht jemand ran? Ähm. Wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der sie wohnt, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur sie können entscheiden, ob sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben sie schon das Telegram erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Ähm. Ja, ich habe das Telegramm kürzlich erhalten. Gut. Die Aufnahme wird derzeit fortgesetzt. Sie können sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal mit unserer Einrichtung in Verbindung setzen, um weitere Informationen zu erhalten. Bitte bedenken Sie, dass alles von der Einschätzung des zuständigen Arztes abhängt. Bitte kommen Sie etwa einen Monat nach der Aufnahme persönlich vorbei. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Wow. Wie die Gemeinde bestimmt, ob die... Was? Seit wann darf denn die Gemeinde entscheiden, ob jemand in die Anstalt kommt oder ob ich das wieder als Elternteil zurückrufen möchte? Was ist denn das für ein Quatsch? Äh, sechs. Ich würde mal kurz den Friedhof noch mal anrufen. Ein, sechs, fünf, drei und die sieben. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber ich probiere es mal. Mal schauen, was passiert. Oh, da geht jemand ran. Ach komm, wir sind zornig. Was wagen Sie, respektloser Idiot? Sie sind jetzt diejenige, die respektlos ist. Sie sind eine dreckige Verräterin. Seht euch nur diese Schlampe an. Er muss verrückt geworden sein. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. What? Was ist denn hier los? Äh. Waren die Näpfe schon immer da? Haben wir noch was hier irgendwie zum, äh, angucken? Nö. Oh, da ist noch was Neues. Diese Masken. Ich erinnere mich lebhaft an sie. Ich habe immer versucht, ihren Blicken zu entgehen. Zurecht. Zurecht. Aber die Küche, ne? Das ist doch der nutzloseste Raum überhaupt. Da passiert ja gar nichts. Hm. Na gut, dann gehen wir mal in den Keller. Oh, da ist Mama. Was? Ach, du heilige Scheiße. Ähm, was haben wir denn sonst noch so? Äh, wartet mal. Entwickelt das Foto, geht jetzt nicht. Deutsches Kommando. Friedhof haben wir. Wir könnten noch die anderen anrufen. Lassen wir es nochmal. Mache einen Abzug vom Foto. Ja, das ist wieder hier, ne? Ja, ja, ist schon klar. Ähm, oder? Ach, come on. Wir können da noch runterfahren? Was ist denn das? Aha. Okay. Ich glaube, jetzt ist doch mal Zeit, Fahrrad zu fahren. Das erste Mal. Und eine seltsame Notiz. Geh zum Friedhof. Okay, alles klar. Ja, jetzt fahren wir Fahrrad. Aber sowas von. So, wir müssen jetzt einfach nur gerade runter. Hat es nicht geheißen, jeder mit Fahrrad wird erschossen? Wieso kann ich die Karte jetzt nicht... Hallo? Hä? Hallo, Karte? Okay, ist egal. Ähm. Dann machen wir es so. Okay, wir fahren jetzt erst mal geradeaus und die nächste links. Komm, Attacke. Geht das ein bisschen schneller, meine Gu... Oh Gott. Oh mein Gott, es wubbelt ja voll rum. Komm, Dirtbike. Attacke. Jihau. Oh oh. Oh oh. Es ist gar nicht mal so leicht, die, äh, Dings zu halten hier. Was will ich denn jetzt? Was ist denn mit der Karte los? Okay, wir sind jetzt schon nach links. Oh mein Gott, ist das schwindelig hier. Hier können wir gar nichts machen. Ja, gut. Drehen, 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 drehen. Und gib ihm. Komm, hoch den Hügel. Äh. Tschuli. Oh Gott. Oh 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 oh. Was war eine Steuerung? Lenken. So, jetzt aber Vollgas. Komm, Hügel hoch. Also, ich stelle mir das nicht leicht vor, jetzt da hochzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sieht sehr anstrengend aus, aber die fährt ganz easy, ne? Ganz locker, ganz locker, flockig. Als ob nichts wäre. Als ob die nicht gerade hochfährt. So. Guten Tag. Darf ich hier rein? Die Gruft ist hier. Nicht jetzt. Hoffen wir mal, dass der Verwalter nicht in der Nähe ist. Der Mann macht mir eine Gänsehaut. Mama, ist ja gut jetzt. Ich hab's kapiert. Wie wir in diese Verwalterhütte kommen und ob wir uns irgendwie reinschleichen müssen, würde ich sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Äh, äh, ein hübscher Friedhof, muss man schon sagen. Oh, ist ja klein vor allen Dingen. So groß ist die Gemeinde dann wohl doch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Vielen Dank.